König von den Augen Bekommt man schon, Schaas! Von den Augen Wenn man geil ist Ich seh gut aus Ich bin sexy Aber wenn ich geil bin, dann schau ich auf andere Seiten und man hat auf YouTube noch Alpenkönig oder so Warum bin ich so fröhlich? Hä, was meinst du damit? Was? Erläutere das bitte Wie beim Retzen du? Ja, mit dir Dominik Also mit mir? Wenn ich gelb bin, dann schaue ich auf andere Seiten und nicht auf YouTube und gebe Alpenkönig ein Welches sein Liebsten? Auf YouTube ist doch die größte Videoplattform eigentlich Äh, sicher, dass das die größte Videoplattform ist? Eigentlich schon, oder? Warum wollt ihr eben aus? Also ich schau gerade mal ab Also wenn ich geil bin, dann schaue ich mir auch gewisse Seiten an Genau, aber nicht YouTube Also manchmal auch YouTube und dann masturbiere ich zu König von den Alpen Boah! Ich habe gerade gewusst, dass der... Boah, ich habe geglaubt, das ist die Leiche Boah! Boah! Jetzt habe ich drei Kills gemacht, ha? In einer Runde In einer Runde Ja, ja Dominik Dann muss ich mal noch lo... noch lo... noch lo paschen Ja? Das hast du überhaupt nicht nötig Ich habe gesagt... Du bist die Spitze! Du bist die Spitze! Das Eisberg! Loll! 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 Gleiche Kroll! Loll! Zu geil! Loll! 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 Okay, meine letzte Runde für das erste Okay Loll! 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 Kein Ausdauer, oder? Loll! Loll! Ja, bin halt ne kleine Pussy Ich sterfe keine Pussys Die sind schön eng, nicht wahr? Was? Loll! 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 Wie sehr viel geschockt ist Loll! 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 Das war jetzt auch ein bisschen heftig Loll! Was? Vor allem war das unerwartet von dir Echt? Loll! Ja Loll! 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 Lockier einfach die Tür! Nein! Ah nein! Dann kann sie von der Seite schließen Ne ne von der... Ich meinte eigentlich die andere Tür Achtung! Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Stell dich in die Ecke! Nein! Was machst du? Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt knife! Geh runter und knife! Jetzt komm du! Nein! 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 die sollten droppen Sorry Du wirst ein Hund, Alter! Ich geh hier jetzt da rauf und dann schiesse ich mit dem Stadtschützen gewehrt durch die haut rein Was soll das denn du springst so einfach so rum Nae ich will da runter Das war ja besetzt Ihr seht's? Was ist das, Leute? Links! Der liegt am Boden! Links! Am Boden! Oh! Ach so! Der hat dir aufgeholfen! Jetzt Dominik! 5 Sekunden! 5 Sekunden! Wait up! Nein! Ich bin rausgegangen! Nein! Nein! Das wird einmal schwieriger mit Gläsby! Nein! Baff! Noch einmal! Rush Rush Rush! Fuck, Alter! Du, ich werde drehen hinten! Oder? Nein! Nein! Nice! Nein! Was? Sorry, du! Echt! Rush, halbwegs! Nein! Was ist passiert, du? Nein! Oh, schade! Die drohnen mich echt aus, ey! Was für Tryhards! Halt! Oh! 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 Oh, das war heute! Oh! Oh, das war schon! Oh! Oh! Legion? Ja, im Osten. Auf der Hauptbahnhof? Ja, auf der Hauptbahnhof. Mein Lobby? Mein Lobby? Mein Lobby? Kannst du das? Lobby, ja. Okay, nice. GG's. Arkays. Hallo Andreas, schaut. Dokubi ist tot. Ich habe Diffuser, Diffuser ist bei mir. Okay. Ist oben in Armory. Oben. Ja, dann lass alle hin rotieren. Irgendwann sollte weit weg sein und sich verstecken. Ah! Hinter mir, hinter mir. Der kommt von oben. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Egal. Egal wo, einfach nur verstecken. Security Eingang. One hallway. Linz dürfen bleiben begegnen. Zeit Limit erreicht. Ich habe einen. Ich habe einen. Das ist doch nur einer. Die Drohnen Lobby. Die kommen. Die Stairs erscheinen. Schild ist oben. Bei Dui. Ähm. Oben. Ich habe Arkays. Die Cam. Die pushen Dui. Ich mache das. Oh, wait. Blackbird nicht peaken. Blackbird könnte weg von dir kommen, Kev. Nice. Hinter dir, ja? Schild! Kannst du rüberrotaten, CCTV? Du, ich sehe dich hochkommen. Nee, bleib. Ich bleib vor. Aua! Lauf! Jetzt push dich! Rein weg! Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Zeilen entdeckt. Du wurdest entdeckt. Der hat jetzt Diffuser, ne? Der müsste aber abbecken. Der Diffuser, ja. Aber du musst auf Zeit spielen. Nicht peaken, Du! 10 Sekunden noch. Überlebt einfach nur. Dann habt ihr gewonnen. Ja. Es sind beide oben. 10 Sekunden ab. 5 Sekunden noch. Schön. Nice. Der ist erreicht. Spiel natürlich. Das Licht. Ja, der ist. Dann war's. An der Tür. An der Tür. Geht rein. Geht rein. Ich bin in A. Ich bin in A. Genau wie du schmeißt. Äh, Blackwick geht außen rum. Um Hallway wieder. Nach Nord-Osten. Letzter verbleibende Glieder. Nord-Osten. Er ist rechts von dir, Duy. Nur noch 15 Sekunden. Dämmts klein. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Es sind 5 Sekunden noch. Egal, der gar nicht. Ich glaub, der hat nicht viel oder nicht. Ja. Warte, warte, nichts. Rechts. Blattet. Mission gefährdet. Nice. Sehr gut, Uwe. Nice. Norad. Er spielt im Hallway. Em das ab. Weiter. Nice. Nice, Duy. Nice, Duy. Nice, Duy. Er spielt im Hallway. Nein, ich abhängig. Dominik, warte. Em das ab. Weiter. Das ist 2 im Hallway. Nice, Duy. Das von der Side. Das ist 2 im Hallway. Aber das ist 2 im Hallway. Da sind 2 im Hallway. Süd, süd, bei Brötchen. Okay, na, das ist doch. Nice. Nice. Outro